Da ganz ruhig in der Tankstelle, da in der Tankstelle. Und ich sagte zu ihm einfach, wollen wir nach Hause fahren, sagte ich zu ihm. Das war schon eine ruhige Zeit. Morgen ist Arbeitstag, sagte ich ihm. Und dieser Kollege mit rechts sagt mir, lass uns fahren, aber lass uns fahren, wie ich will, sagte er mir. Und dann fing er an zu rasen und kam auf Höchstgeschwindigkeit. Diese Straßenhäuser ist ein bisschen Trambuller. Ich muss verstehen, rauf und runter zu fahren. Und er versuchte zwischen 60, zwischen 80 Kilometer pro Stunde zu bekommen und er flog. Und dann machte er mich fliegen. Und ich flog von ihm, aber ich flog hier in den Busch. Und er flog gegen die Wand und ist da abgestört und hat sich völlig verletzt. Und sein Motorrad hat sich komplett zerstört. Und mir, Gott sei Dank, geht's gut. Und er ist da, ich weiß nicht genau wie, aber ich hoffe, ihm geht's was besser.